Ach, sei nicht so traurig, Findus. Ich bin sicher, dass der Weihnachtsmann kommt. Wirklich? Versprichst du es? Du musst es mir versprechen, sonst mache ich bis Weihnachten kein einziges Auge mehr zu. Ja, ich verspreche dir, er kommt. Der echte Weihnachtsmann? So echt, wie er sein kann. Du bist der beste alte Mann auf der ganzen Welt. So wie Findus später so man schaut, kriegt er ihn doch wieder rum. Das mit dem Weihnachtsmann hat Findus geglaubt, was soll Pettersson nun tun? Findus springt auf, freut sich schon so sehr darauf. Dass der Weihnachtsmann kommt und die schönsten Sachen ihm mitbringt. Der Weihnachtsmann kommt!